Hier ist ein geheimer Raum. Stimmt, warte mal. Hier ist das Bild. Hast du das Bild gefunden? Hier ist ein geheimer Raum. Stimmt, warte mal. Hier ist das Bild. Hast du das Bild gefunden? Ja, und hier ist ein Geschenk bei mir. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Guck mal. Guck mal, ich will mal. Bum, 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 bum. Du Kleiner, du, komm her, komm her. Ich merke mich gerade. Ich brauche dir beleidigst. Ich habe mich auf Warn und Barsen. Ich habe mich auf Warn und Barsen. Okay. Leute, willkommen zu einem Video von uns mit GuckooJP, Steve Fox, aka Lederpommes am Start. Und wir haben mich gestern im Stream einen guten Tipp bekommen, und zwar von Jan Frost. Der hat es im Stream geschrieben gestern, dass der Aluhut ein Secret mit dem zweiten Stock im Labor zu tun hat. Und wir schauen uns jetzt mal, ob das auch stimmt. Kommst du mit? Und Leute, das Dino-Video habe ich gerade gestern hochgeladen. Also könnt ihr euch anschauen, wie wir den Dino bekommen. Wenn ihr auch so eine coole Dino-Hose haben wollt, dann müsst ihr einfach mein Video folgen, von dem ich euch gerne Info-Button rechts oben einfach raufklicken, und dann habt ihr auch eine coole Dino-Hose. Wollt ihr sagen, los geht's, oder? Ja. Oh, du bist ja voll hoch, Alter. Okay, ähm, hier ist der Typ da vorne. Genau hier. Stopp. Ah! Tiefa! Äh, äh, äh. Halbe Zaun ist kaputt. So, Leute. Propello, Jetpack, episch immer noch. Ich hoffe, vielleicht gibt's da beide eine Springhose oder so. Das ist natürlich auch Springkammer. Super lustig. Mal gucken. Das ist aber lustig, wenn es einfach so ein Outfit gibt, wo man einfach durch jedes Gebäude backen kann. Das wär lustig. Ja, das wär nice. Stimmt. So, der nennt der Mann hier, der sagt nämlich, dass er, guck mal, man kann diesen, was der für nen Hut hat, den kriegt man hier. Guck mal, den kriegt man. Den er auf hat hier. Genau. Wenn man den anspricht, dann sagt er, der braucht irgendeinen Hinweis, ähm, dass es Aliens gibt oder so. Und wir müssten jetzt, hat Jan gesagt, ähm, im zweiten Stock fahren im Laborgebäude und dort soll es irgendein Schild geben. Das müssen wir ihm bringen und dann bekommen wir den Hut. Und das holen wir jetzt mal aus, Leute. Lass mal, ähm, in die Base gehen. Hey, wie wird's, du mit dein Roller? Ab in die Base hier, los geht's. Hey, ich stecke mal den dicken Harley auf hier. Yeah, bro. Wir sind so cool, ey. Harley, schwarz gefährt? Ja, Gangster, Gangster. Groß auf, die Türe hier. Der Chef, mach die Türe auf hier. Willst du mir die Harley mit reinnehmen? Jo, nicht drin. Guck mal, ich springe immer. Boom, 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 boom. Ja, weil der Fahrstuhl so bubbert. Komm halt nicht ran hier. So. Kommen Sie mit. Komm, wir müssen uns unsere Laborkette wieder anziehen. Wieso müssen wir da in dieses Gebäude? Ja, genau. Der hat gesagt, wir müssen den zweiten Stock fahren und dann so ein komisches Shit finden und mitnehmen und dann haben wir den Beweis für die Aliens. Genau. Guck, ich hab meinen auch nicht... Alter, cool. Du hast ja eine schwarz gefärbt. Gute Idee. Und beide mit den bunten Dinos am Start. Leute, wir sind hier total unauffällig in der Secret Base und dürfen jetzt durch. Ding, ding. Okay. So, also, Jan hat gesagt, Alter, spring voll hoch. Guck mal, kannst du auch so springen? Ich spring voll hoch. Mal stoße in den Kopf sogar. So, komm, wir müssen ins Gebäude oder meint der hier? Warte mal. Also, wir müssen irgendein Schild finden, das Beweis, dass es Aliens gibt. Du kannst auch nicht mitnehmen, wa? Nee, kannst du nicht mitnehmen. Okay. So, komm, wir gehen mal hier weiter. Wir müssen irgendwo in Stockberg hoch fahren. Lass mal gucken. Und da muss irgendwas tun. Ah, wir waren nach oben. Weißt du in der Cafeteria gewesen? Weißt du es noch? Vielleicht ist da ein Schild in der Cafeteria. Da war da oben so eine Cafeteria. Vielleicht ist da was? Komm, wir gucken mal. Das muss ja hier irgendwo sein. Dann musst du ja recht haben. Kann man doch runterfahren? Ja, nach unten, oder? Fahr mal nach unten. Rück den Knopf. Geht nicht. Okay, dann nach oben. Wollen wir dann nochmal nach oben fahren? Ähm, da gab es nicht zwei Fahrstühle. Wir gucken mal zusammen. Kann man doch, warte mal, nochmal nach oben. Geht das? Ja. Ja, hab ich doch gesagt. Ah, cool, im zweiten Stock. Ah, nice. War ich die Cafeteria dort gewesen oder täusche ich mich gerade? Hier, hier. Ah, warte mal. Oh, okay, waren wir hier schon mal? Ah, da ist ein geheimer Raum. Hier, hier ist ein geheimer Raum. Stimmt, warte mal. Warte mal, hier ist ein Bild. Hast du das Bild gefunden? Ja, und hier ist ein Geschenk bei mir. Zeig mal, zeig mal, zeig mal. Oh, Ah, stimmt. Oh, ist ein Überwachungsraum. Nice, cool. Ich hab die Surfbrille. Wie, hast du das Geschenk angesammelt? Ja. Warte. Und guck mal, hier sind Kameras. Ah, cool, jetzt haben wir die Agentenbrille. Ah, nice. Diese Kamera, stimmt. Ja, guck mal, hier wird alles überwacht von denen. Ah, krass. Oh, danke, Jan, lass uns das, guck mal, Proof for Aliens. Papa, kannst du mir das Bild geben? Ah, okay, das müssen wir mitnehmen. Das kleine Bild muss man mitnehmen. Nimm das mal mit. Okay, komm, ich will mal gucken, was hier noch ist. Alter. Aber krass, was wir das Bild haben. Wollen wir noch mal in den anderen Dings nachschauen? Ja, mal gucken hier, was hier noch ist. Alter, krass, ich wusste gar nicht, was ein zweiter Stock hier ist. Ah, guck mal, hier ist eine Rakete. Hier ist noch ein Geschenk. Hier ist noch ein Geschenk, sag mal ein. Kriegst du was? Nee, nur Geld. Aber guck mal, hier ist eine Rakete, guck mal. Alter. Ich hoffe, bestimmt mal zum Mond fliegen, hundertprozentig. Wollen wir noch mal rausgehen? Ja, nur das Bild. Du musst das Bild jetzt den Typen bringen. Ich hab das Bild. Okay, ich will mitkommen, ich will mitkommen. Oh, danke, Jan, das ist ein zweiter Stock. Vielen, vielen Dank nochmal an dich. Wo fahren? Nee, wir fahren jetzt zweimal runter. Papa, darf ich noch, darf ich nochmal sehen, wie das Bild aussieht? Papa, da ist eine Alien, da sind zwei Aliens drauf und zwei Manager. Aber ich hab... Ey, wollen wir kurz mal uns die Brille anziehen, die wir gerade gefunden haben? Was? Die Brille? Ja, okay. Aber kann, aber ich will dann das Bild wieder nehmen. klar. Kannst du mir das Bild kurz mal zeigen, was da drauf ist? Komm mal her, bitte. Hier ist meine Drohne. Ich seh nix. Zeig mal. Okay, warte, halt mal hoch, halt mal hoch. Okay, ja stimmt, da ist eine Alien-Familie drauf. Die sitzt ein bisschen falsch rum, aber eine Alien-Familie mit den Secret-Agenten. Das heißt, es spricht, danke dir, es heißt, es wird bestimmt noch mehr Alien-Sequels in der Zukunft geben. Und lass mal kurz die Brille anziehen. Auch cool. Brille gefunden und den Aluhut. Richtig nice. Danke, Jan, nochmal für den Support. Hier ist er lang, glaube ich. Guck mal hier. Achso, ich hab die weite Richtung genommen. Kein Problem. So, und hier geht sie mich wieder raus. Ach, cool, jetzt haben wir das Bild, Alter, nice. Komm, kurz Brille anziehen. Hast du Lust, die Brille? Ja, kannst du dann das Bild liegen lassen? Ja, na klar, leg einfach hin. Okay. Genau, ich filme nochmal kurz für die Leute ab. Das heißt, das ist das coole Bild mit der Alien-Familie. Ihr seht schon, da sind die Agenten-Ans alle befreundet anscheinend. ist ein Outfit. Die Brille ist neu. Die Brille müsste neu sein. Ich glaube, es gibt eine Brille und mit Haare und ohne Haare. Guck mal. Ich hab grad gesucht. Hä? Hab ich die Brille? Ja, du hast sie auf, du hast sie auf. Hier, guck, du hast links so ein Kabel mit einem Headset dran. Achso, ja. Okay, wie sieht sie aus? Oh, Mr. Agent, hello. Sind sie wichtig? Ich bin Mr. Agent. Du bist Mr. Agent, auf jeden Fall. Komm, nehmen wir das Bild mit und dann versuchen wir uns den Alu-Typen zu geben. Vielen, vielen Dank für den Support. Richtig nice. Ich hab gar nicht gewusst, dass es ein zweiter Stock da oben gibt. Voll cool. So, bin mal gespannt, ob das denn Beweis ist für den Alu-Hooter. Ich schätze, das muss es ja sein. Da stand ja Proof for Aliens. Da stand ja so ein riesen Pfeil dran. Alter, cool. Wir haben endlich den Hut. Cool, jetzt haben wir zwei Geheimnisse gelöst. Einmal die coole Agentenbrille und das coole Ali-Bild. Leute, vergesst nicht ein Like und ein Abo dazu lassen und weitere coole Videos von uns. Das heißt, wir haben jetzt ein weiteres Yook gelöst mit Hilfe vom Zuschauer von Jan Frost. Richtig nice. Und ich freue mich, dass wir das ziemlich gut jetzt losen konnten, weil ich hab echt keinen Plan gehabt, was ich da machen sollte. Und Jan hat uns geholfen. Richtig nice. Wir müssen hier runterlaufen. Mal sehen, ob wir das Einzelne abgeben müssen und du oder wir zusammen. Gucken wir mal. Vielleicht funktioniert das auch zusammen. Hier war der hinter dem Gebäude. Hier, genau. Hier ist er. So, dann gib mir das mal. Gucken wir mal, ob das Beweis reicht. Ja! Ja! I knew it! This is to prove I, dass es den Beweisen ja braucht. Well done, young Wobbly. And thank you with one of my radar blocking helms. Ah! Yay! Jetzt haben wir den Hut unlocked. Cool, danke dir, Bro. Richtig nice. Nice! Los, direkt anziehen. Oh, lass, kommen wir nach Hause? Geht das? Oh nein, das bin ich hier unten. Oh, für den Fehl. Äh, das war deine Schuld. Ja, wo bist du gerade? Ähm, ich bin gerade bei dem Labor. Lass mal den neuen Aluhut anprobieren. Das heißt, es hat geklappt. Wir müssen das Bild abgeben für den Aluhut. Also richtig nice. Und jetzt haben wir den. Kommst du mit? Ja, ich bin schon drin. Achso, du willst dich drin umziehen. Achso, ich dachte, du willst zu Hause. Ich bin. Wow, warte, warte, ich mache einen Flug. Warte auf mich. Dein Auto? Das ist ein Umfeldauto. Ey Leute, es schwebt, Alter. Warte, dann kann ich vielleicht im Jump einstellen. Warte mal. Jump. Nein, ich habe nicht für dich gesprungen. Ich bin im Bomb. So, dann zeig mal den Aluhut wie der aussieht, ey. Aluhut, Aluhut. Hier steht, glaube ich, noch so ein lustiges Ausbild. Ich habe ihn an, jetzt bin ich gegen Alien-Spionage geschützt. Leute, das heißt, wir haben den Aluheld empfunden, der also ist, finde ich jetzt nicht so super nice, aber nice to have. Wir haben uns Spielkind gelöst, wenn das funktioniert. Vielen Dank nochmal an den Zuschauern, Jan Frost nochmal. Dankeschön dafür. Leute, das war unser Secret mit dem Aluhut und die coole Agentenbrille. Das heißt, für weitere neue Secrets folgt auf unseren Kanal, teilt gerne unsere Videos für weitere coole Geheimnisse und Bubelife uns natürlich. Und ich sage, bis zum nächsten Mal, oder? Sagst du tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss, Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Bis. Bis. Bis zum nächsten Mal.